Gereinigte Nachtscherben, brauche ich noch eine? Einmal herstellen und das Herz einmal herstellen. So, da ist Maui. Hi. Okay. Dann habe ich wahrscheinlich Maui auch fertig. Und dann nochmal von Anfang an und dann mit jemandem zusammen durchrocken bis Shadowlands. Dann mal gucken. Ja. Aber wie gesagt, ich kann es mehr zur Zeit nicht leisten. Dafür ist das Geld ein bisschen knapp. Äh, Maui? Warum gehst du wieder zurück? Ah, wir haben seine Quest auf jeden Fall fertig. Oh, hey! Ich habe es geschafft. Maui ist einfach unglaublich. Was? Na gut, wir haben es geschafft. Ich bin unglaublich und du bist fast genauso unglaublich. Jetzt wo das Herz von Dreamlight Valley wieder im Schloss ist, sollten seine Wirkung dem Dorf wieder zugutekommen. Dunkelheit wird es nun schwerer haben, sich zu verbreiten. Und wenn du mir geholfen hast, um mir zu zeigen, was für ein toller Kerl ich bin, gebe ich dir ein Geschenk. Hey. Hey, ich würde mich jederzeit freuen, mit dir was zu unternehmen. Wir sind ein wirklich großartiges Team. So, Maui ist fertig. Oh, jetzt bleiben nur noch die ganzen anderen Sachen. So. An einem regnerischen Tag den Glitzerhering in der Lichtung. Ja, dafür muss es regnen. Ich weiß. Aquamarine, Sumpfwasser. Sprich mit Mini. Ah, okay. Ich muss Aquamarine sammeln. Du war aber eigentlich verkauft. Aber ich glaube, das war sowieso der Falsche. Unternehmer. So. Oh. So. So. bei ein bisschen holz sammeln wie gesagt sie will jetzt unbedingt die quest fertig kriegen damit ich das dann morgen beziehungsweise übermord besser auseinanderhalten kann genau und da ist der erste aquamarine das ist kein aquamarine ja sie heute sie heute nein nein auch scheiße jetzt habe ich sie aus versehen angesprochen egal das ist dora zu gut ja ich erinnere mich an donald druck ich habe für ihn fische gefangen er war im begriff auf eine gefährliche mission zu gehen also habe ich ihm essen eingepackt ich habe donald im wald gefunden der wald ich erinnere mich daran ich bin dort gefolgt um ihm etwas essen für seine reise zu geben aber während ich ihm folgte ist etwas mit mir passiert können wir in den wald gehen das ist das letzte woran ich mich erinnere mini wir sind im wald wir sind ihm von malediten wald weidiger geht's nicht gut das sieht gerade nicht mehr so aus wie ein wald aber egal das ist auch hier hinten wenn sie noch darüber gerade da noch alles vorliegt könnte man nicht zum singen bringen für mein holz nicht zum singen wirst du mich so schön nicht kriegen erstens fallen dann die vögel vom baum und noch sämtliche andere dinge wahrscheinlich ich bin auch noch und zum anderen ich und singen auf gar keinen fall gar keinen fall ich habe keine gesangsstimmung und nie das will ich mir nicht antun und das will ich euch nicht antun ich singe noch nicht mal unter der luche wenn die musik voll aufgedreht ist ich alleine bin und ich alleine bin danke red aber nein wirklich einfach nein alles aber da die nein ich singe nicht das hat alles kann ich mit reinpacken wie ich die blumen alle mit reinpacken kann die brauchst du nicht betteln weiter ich singe tatsächlich nicht ganze knicken das wird nicht passieren das wird nicht passieren die blumen braucht ihr nochmal weißes springkraut lieder bartfaden und da was ganz anderes für was mit den ganzen kreuz du meinst mit den blumen in der kiste die brauche ich zum herstellen und für aufträge das brauche ich einmal jetzt in küche nicht ganz wie gesagt größtenteils halt für aufträge ganz ganz selten mal zum kochen und das hier ist tatsächlich einfach nur zum gießen damit ich erinnerungen farme könnte ich einfach mal tun eine erinnerung so eine hexenküche wäre cool ich glaube das könnte man sich hier auch ganz gut hinstellen man hat sich räume die man gestalten kann ich denke ich habe eine idee ich sehe alles magisch hier da geht das wenn die erinnerung auf sie warten lassen ist ja auch eine magische gießkanne anders so viel wasser in der gießkanne sie geht niemals leer ich glaube da stand tatsächlich oh zwei erinnerungen einen guck und aber die wird sogar zum gleichen net Tja, tja, tja. teile zum basteln ach da fehlt mir weichholz viel ok so viele tolle sachen das hier bräuchte ich aber bräuch 200 trockenes holz diamanten im wohnung mit dem besser goldbarren kann ich noch mal herstellen das war nicht guti das hier einmal ich erinnere mich jetzt donald wurde das vergessen bekämpfen ich bin gerannt und habe versucht ihm probieren zu geben dann erfasste mich ein windstoß und wir bitte mich herum dann war ich nicht mehr im wald und es gab keine farbe mehr ich war allein für eine lange zeit es war so einsam ich vermisste mickey ich erinnere mich an mickey er ist der den ich liebe konnte ich das vergessen ein armer süßer mickey ich muss ihn finden du rennst mir hinterher natürlich sehen wir uns wieder ist aber nicht ihre letzte aufgabe oder da habe ich keinen da ist auch kein wischiges wesen marine sammeln das war so einfach ist er ist wenigstens endlich mal regnen würde nein kommt der nichts das war der falsche stein jetzt sollte geredet bei mir nicht bei mir scheint tatsächlich heute schon den ganzen tag die sonne ausnahmsweise mal brauchst du noch was bibel kürbissuppe ich glaube da habe ich gerade keine zwiebeln arielle bist du jetzt nicht schon wieder weg wo ist die alte denn jetzt schon wieder hin komm her ich will mich die alte verarschen ich freue mich so dass du hier bist ja schön ja nimm nimm unser glücklich nur bläschen ich war noch nicht fertig mit dir es wird stuf es wird stuf Oh, oh, ja. Aha. Oh, oh, ja. Mh. Ställchen. Was tut man nicht alles, damit man die Leute auflevelt? Steinchen. Ich weiß nicht, wo gab es denn die anderen Aquamarinen? Ich glaube am Strand, ne? Ja, still an das Strand. Und sich nur um Jahre handeln. Nein, mit dir will ich nicht reden. Danke. Wird am längsten dauert es, die ganzen Sachen zusammenzufarmen? Wollen wir nicht die Sachen droppen, die man eigentlich haben will? Okay, kein Aquamarinen. Da vorne ist einer drin. Bitte lass es ein kleiner sein. Bitte, bitte. Ein kleiner. Nein, das ist ein großer. Ein großes Müll. Ich bin schon kurz ab. Mhm. Möge ich mir mal die Schildkröte hier. Möge ich mir mal die Schildkröte hier. Möge ich mir mal die Schildkröte hier. Yay! Und wir haben eine Schildkröte mehr in unserer Sammlung. Die anderen beiden sind heute leider nicht da. Da? Heute nicht da. Heute nicht da. Heute nicht da. Natürlich. Da ist noch niemand von da. Das kommt wahrscheinlich erst irgendwann. Ganzen Tag. Ganzen Tag. Fisch. Die Seezunge ist neu. Oh, noch den Fugu. Fönigsfisch. Vergessenes Land. Und sonnige Ebene. Wo bin ich denn jetzt gerade? Irgendwas wollte ich gerade nachgucken. Das war es jetzt wieder. Ah ja, Huma. Okay. Also einen der Fischis kann ich auch mich drum kümmern. Ja. Will jetzt kaufen. Für die Füchse habe ich leider nichts. Okay. Steinchen. Ist gerade nicht? Dann so ruhig das Sumpfwasser. Tada. Gut. Die Aquamarine dauert noch. Dann mache ich das mit Mini. Wollen nur Miki. Der natürlich am Strand rumlungert, wo ich eben gerade noch gewesen bin. Alter. Die wissen, wie sie mich mobben können. Nein. Also eben. Ach. Okay. Oh, jetzt muss ich eben wieder zuhören. Jetzt kann ich es eine Weile dauern. Ja. Ach, passt schon. Die sind halt immer da, wo man sie nicht sucht oder nicht braucht. Er stimmt auch wieder. Ja, das kleine Schweinchen. Die Frage ist halt, wie lange ich noch brauche, um die ganze Quest fertig zu machen. Es steht leider auch nie dabei, bei welchem Level man gerade ist, von der Quest her. Das einzig Doofe. Hallo, du. Meine Liebste ist zurück. Und sie hat mir erzählt, dass du ihr dabei geholfen hast, sich zu erinnern. Ich kann ihr nicht genug danken. Hier ist der Dreamlight-Verstärker. Bewahre ihn gut auf. Für den Fall, dass wir ihn erneut brauchen. Ich habe das Gefühl, dass wir ihn wieder brauchen werden. Ich werde gut auf ihn aufpassen. Bis ganz bald. Ich kann nicht glauben, dass ich meinen geliebten, süßen Micky vergessen habe. Er versucht immer furcht zu sein, aber ich weiß, dass es ihn sehr traurig gemacht hat. Ich konnte es in seinem Gesicht sehen, auch wenn er versucht, es zu verbergen. Danke, dass du mir geholfen hast, mich zu erinnern. Ich bin so stolz auf sie. Mini-Mini-Maus Level 7. Okay. Und dann ist sie kurz vorm Ende. Ja, genau so wie Anna. Ariel braucht noch. Also ich werde nicht alle fertig kriegen, allein weil Ariel und Ursula nicht nochmal gelevelt werden können. Sie braucht halt noch zu lange, ne? Ist ja jetzt nur noch das von Mushu. Gut, sie braucht den lila Bartfaden noch. Er braucht alles noch. Achso, sie ist ja schon auf 10. Hier brauche ich nichts mehr. Also allein das hier kriege ich leider nicht durch. Aber wenn ich alles andere fertig kriege, dann passt das. Das hatte ich doch schon. Wenn du das Fragment im Wald zerpackst, in dem du in der Nacht suchst. War ich doch schon. Gut, das mit der sonnigen Ebene am Morgen, das mache ich ja jetzt morgen früh. Das mit der Nacht mache ich dann, wenn wir durch sind. Okay, das heißt, sie kann ich nicht fertig machen. Wie jetzt, wenn es regnet. Nett. Rihanna kann nicht weitermachen. Das hier ist verpackt. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Wusstest du, dass es auf dem Hauptplatz früher eine rustikale Turmohr gab? Sie war groß, elegant und zeigte jedem die Uhrzeit an. Es sieht so aus, als wäre sie während des Vergessens verschwunden. Würdest du mir helfen, sie zurück nach Bimlet Valley zu bringen? Jupp. Wunderbar, jetzt lass mich mal sehen. Sie war sehr groß und bestand aus Steinen, Hartholz und Lehm. Oh, und die Uhrzeiger waren aus Eisen. Süß! Mhm. Ursula ist einmal da hinten. So ätzend, dass ich die beiden nicht normal leveln kann. Jetzt komme ich nicht in die Rand zum Reden. Ursula? Beweg deine fischigen Tentakel hierher. Was ist das denn die Möglichkeit? Da. Okay. Ich werde mal überlegen. Oder habe ich das Mittagsfragment? Warte mal. Da habe ich das einfach nur weggepackt. Ich hatte es da hinten noch aufgehoben. Eigentlich. Fragment der Abenddämmerung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, da kann ich noch Steinen abbauen. Das ist eine Erinnerung. Das ist eine Erinnerung. Das ist eine Erinnerung. Das ist eine Erinnerung. Okay. Okay. von der gartenarbeit habe ich schon relativ viel von den anderen sachen noch nicht wo ist christoph hey was brauchst du noch einmal abhängen und lauch gebäck creme und früchte die gebäck creme habe ich noch nicht immer schauen dämmelung was habe ich denn hier noch hier hatte pech 35 35 36 von 81 muschus irgendwas lau braskin so immer aber nicht sicher ging so und das andere das früchte ding ist es denn da gebäck creme mit brüchten auf jeden fall verschiedene obstsorten hatte ich gesehen wir machen wir apfel machen wir einfach mal dann könnte ich mir vorstellen weil es ja was süßes ist der zuckerrohr und wahrscheinlich milch was denn was soll ich sein ich nehme einmal das slush-eis damit müsste es doch bestimmt so ein zitronen eis geben oder jetzt mal so weh perfekt so grundlage jetzt einfach mal huch zuckerrohr vanille vanille man muss wieder hochschreien mal sehen ob es das gibt es da irgendwas von oder dann plötzlich okay ja wie schon das ist jetzt nichts besonderes mehr aber ich kann mit dem vanille eis herstellen oder mal lasch 1 vanille vanille ok das habe ich auch schon hm 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 irgendwie was zusammen gerichte wir gehen einfach wieder nach biedern von unten an waffeln wo man dafür waffeln sogar auf jeden fall das stimmt süßigkeiten mal funktioniert das wenn ich das mache ausprobieren sind sie dann okay die sind leider nicht mit drin hätte ja sein können okay dann zuckerrohr machen wir einfach mal ich muss jetzt mal ein bisschen was nachkaufen weizen ich habe nicht die waffeln so waffeln haben wir der 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 tropisch limo tropisches beliebiges und bestimmt beliebiges obst oder also für den minzbonbon haben das stimmt aber noch geht noch geht es ist lecker ja münze ist richtig gut ich mag man so vor allem als wasser oder halt so getränken ist richtig geil okay ich versuche es einfach mal weiß nicht ob ich es hinkriege ich liebe münze ja münze ist echt geil minz ist das ist toll es war klar kokosloß war jetzt einfach nur weil ich dachte halt früchte kann ja irgendwas timbeere hätte ich jetzt einfach nur so geraten also was ist denn das nächste süßes sorbet getränk glas eis und zuckerrohr wahrscheinlich gehe jetzt einfach mal so von aus ich habe die frage in deinen augen gesehen ich hatte erst mal kitty gewesen deswegen das andere hatte ich gar nicht so ganz wahrgenommen aber für schon mit friends war jetzt nicht so meister tatsächlich muss ich das war jetzt nie so mein ding versuche ich habe das sehr scheiß weg im kopf das ist erst mal richtig geraten kouladen waffeln haben wir für die normalen gebraucht weizemilch eier ok warte mal weizen weizen milch eier denke ich von aus zuckerrohr und kakaobohne jetzt einfach mal wo bekomme ich Hunger ja ich auch so ein bisschen schokoladenwaffeln perfekt das war jetzt aber auch einfach dadurch dass wir die normalen waffeln hatten ja ich war jetzt schoko ist bei dir ja nicht so geht ja nicht ich liebe schoko schokoladen eiscreme ok glas eis milch wahrscheinlich zuckerrohr und statt dem vanille das schuf die kakaobohne also milch kakaobohne zuckerrohr slush eis scheiße mein inventar ist voll ok dann lege ich das einfach mal ab und da ist die schokoladeneiscreme ich werde mich noch einig dass ich jetzt gemacht habe das bananen eis oh sehr geil aber ja einig das ist ok ja und und Bis zum nächsten Mal.